Willkommen zurück zu Let's Build a Compiler. In dieser Folge werden wir die Operatoren minus geteilt und mal in unsere Sprache einbauen. Mein Name ist Yenki und ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes werden wir die Spezifikation von unserem Compiler auch bekannt unter dem Name Compilertest anpassen. Dann gehen wir hier zu unseren Beispielen, die wir können wollen. Wir kopieren hier eine Zeile als Template und fügen dann hier unten ein paar Beispiele an. Und zwar, was bauen wir ein? Zunächst einmal wäre eine Subtraktion. Nehmen wir mal als Beispiel 3 minus 2. Da müssten dann 1 rauskommen. Dann können wir noch Multiplikation einbauen. Dann nehmen wir mal 2 mal 3. Da müsste dann 6 rauskommen. Dann Division, zum Beispiel das Gegenteil, nämlich 6 durch 2. Da kommt dann 3 raus. Dann können wir uns noch Gedanken machen, was passiert denn, wenn eigentlich kein gerades Ergebnis rauskommt? Also was soll eigentlich passieren bei 7 durch 2? Typischerweise, wenn wir mit Integers arbeiten, schneiden wir das Punkt 5 hinten einfach ab. Bis jetzt haben wir nur mit Integers gearbeitet. Später werden wir natürlich auch Fließkommatypen zulassen. Aber für den Anfang würde ich sagen, bleiben wir mal dabei. Und das Ergebnis sollte dann auch 3 sein, ohne die Punkt 5 dahinter. Dann kann man die Operatoren natürlich auch kombinieren. Wenn wir zum Beispiel haben 8 minus 2 plus 5, dann ist es jetzt wichtig, dass wir erst 8 minus 2, das sind 6, rechnen. Und dann nochmal plus 5, dann sind wir bei 11. Und nicht etwa zuerst 2 plus 5, das wären 7. Und dann 8 minus 7, wären nämlich nur 1. Das gleiche auch noch für Division. Da könnten wir zum Beispiel 8 durch 2 mal 4 nehmen. 8 durch 2 sind 4, mal 4 sind 16. Auch hier käme wieder etwas anderes raus, wenn wir zuerst 2 mal 4 rechnen würden. Das wäre nämlich 8. Und dann wäre 8 durch 8 natürlich 1. Dann können wir noch die Strichrechnung mit der Punktrechnung kombinieren. Wir können zum Beispiel 2 plus 3 mal 3 nehmen. Damit sollten wir dann zuerst 3 mal 3 rechnen, sind 9 plus 2 sind 11. Wenn wir vielleicht zuerst 2 plus 3 rechnen würden, dann wären es 5 mal 3, wären 15. Das wäre dann wieder was anderes. Und das gleiche auch noch einmal mit Subtraktion. Zum Beispiel 9 minus 2 mal 3. 2 mal 3 sind 6. Und 9 minus 6 sind 3. Im Gegensatz zu 9 minus 2 wären 7 mal 3 wären 21. Dann speichern wir das und werden als nächstes... Ah, als erstes gucken wir erstmal, ob unser Test jetzt denn auch fehlschlägt. Ja, wir haben ganz viele Failures hier, 7 Failures. Das sind all unsere neuen Tests. Und hier oben haben wir ganz viele Token Recognition Errors, weil das Antler diese ganzen Operatoren und hier noch nicht kennt. Dann gehen wir jetzt als nächstes auf unsere Grammatik und werden die für unsere neuen Operatoren erweitern. Als erstes werden wir jetzt hier in unserer Grammatik ein paar Dinge umbenennen. Denn unsere Regel Additionen werden wir gleich erweitern. Die enthält dann nicht nur mehr Additionen, sondern beliebige mathematische Ausdrücke. Deswegen nenne ich die Regel dann auch Expression. Und dann werde ich hier einheitlich englische Begriffe verwenden. Denn im Moment ist es ein Mischmasch zwischen deutschem und englischen Begriffen. Und das ist doch irgendwie unschön. Außerdem liebäugle ich durchaus damit, diese Reihe hier nochmal auf Englisch zu übersetzen. Und dann ist es auch unpraktisch, wenn da zu viele deutsche Begriffe drin sind. Nachdem wir das jetzt gemacht haben, werden wir wieder auf dem üblichen Weg mit unserem altbekannten Kommando unseren Parser neu generieren. Im Parser F5 drücken, dann hier auf dem Visitor gehen und unsere Begrifflichkeiten anpassen. Das Ding heißt jetzt natürlich Write hier. Zahl, Kontext gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt Number, Kontext. Mit STRG-SHIFT-O können wir die Imports korrigieren. Dann speichern wir wieder und schauen mal nach, ob unsere Tests noch genauso gut oder schlecht funktionieren wie eben noch. Ja, unsere ersten drei Tests funktionieren und die neuen, die wir gerade eben angelegt haben, funktionieren nicht mehr. Gehen wir also zurück wieder in unsere Grammatik und fangen jetzt mit den Erweiterungen an. Als erstes werden wir mal den Operator Minus einbauen. Gehen wir also nach hier, kopieren unsere bisherige Plus-Regel und fügen eine Alternative für Minus ein. Nennen wir sie entsprechend Minus, ändern den Operator hier auf Minus, speichern, gehen wieder auf die Konsole, lassen unseren Parser neu generieren, gehen im Parser auf F5, gehen auf den Visitor, hinter Visit Plus können wir jetzt eine neue Methode Visit Minus einfügen. Die funktioniert ganz ähnlich wie Visit Plus. Das Template kann ich jetzt hier einfach mal kopieren. Nur statt iAdd nehmen wir iSub für Subtraktion. Wunderbar, machen wir das zu und lassen unseren Test einmal laufen. Was sagt das Ergebnis? Unser Minus-Test hier, der Printline 3-2 hat funktioniert. Hey, das war einfach. Wollen wir doch mal sehen, ob das mit den anderen Operatoren genauso einfach geht. Dann kopieren wir also wieder unsere bisherige Regel nochmal für Division und Multiplikation. Wir werden unseren Parser mit dem altbekannten Befehl neu generieren, gehen in Parser mit F5 drauf, gehen in unseren Visitor und werden die neuen Visit Methoden implementieren. Für Division ist das gleiche wieder, was wir bei Minus auch hatten, nur mit iDiv für iDivide und dann ist auch noch Multiplikation neu und da heißt die Instruktion dann iMull. Wir speichern das, lassen unsere Tests laufen und was sehen wir hier? 8 unserer Tests haben funktioniert, 2 haben nicht funktioniert. Mal hat funktioniert, geteilt hat funktioniert, auch der mit 7 durch 2 hat funktioniert. 8 durch 2 mal 4 hat auch funktioniert, aber leider diese beiden Ergebnisse haben nicht funktioniert. Und wie ihr hier seht, wir hatten hier 11 erwartet, haben aber 15 bekommen. Offensichtlich wurde hier die Operatorenreihenfolge nicht korrekt beachtet. Hier wurde zuerst 2 plus 3 berechnet, das sind dann 5. Und dann mal 3, das sind 15, das ist das, was hier rausgekommen ist, ist aber leider nicht das, was wir haben wollen. An dieser Stelle gibt es einen kleinen Cliffhanger. Wie wir die Priorität der Operatoren richtig hinbekommen, so dass auch unsere übrigen beiden Tests funktionieren, erfahrt ihr in nächster Folge. In dieser Folge haben wir gelernt, wie wir die Operatoren Minus, Geteilt und Mal in die Grammatik einbauen und wie wir die passenden Instruktionen generieren. Mehrere Operatoren können wir mit Subregeln definieren und die passenden Instruktionen generieren wir mit neuen Visit-Methoden, die fast genauso aussehen wie die Visit-Plus-Methode. In der nächsten Folge erwarten uns, wie erwähnt, die Definition der richtigen Operatorenreihenfolge und danach erwarten uns Variablen, Schleifen, Bedingungen, Funktionen und vieles mehr. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Natürlich freue ich mich auch über weitere Kommentare. Habt ihr Lob oder Kritik? Wie setzt ihr die Videos ein? Programmiert ihr nebenher mit? Nutzt die Videos für die Recherche konkreter Probleme? Oder schaut ihr die Videos ohne eigenes Projekt nur aus Interesse? Vielen Dank an Garderol, der mir für die Aufnahmen der Studio zur Verfügung stellt und euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Jenki, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Build a Compiler.